guten morgen so ich habe mich dann auch mal aus dem bett raus bewegt ja war ja spät gestern aber es ist einfach herrliches wetter wobei es ist so ein bisschen die sich aber es ist gar nicht schlimm dann wird es schön warm gut heute ist sonntag heute ist muttertag und heute habe ich mit angie zweijähriges weshalb wir heute abend essen gehen ich habe aber noch nicht verraten wo gut ist auch egal seht ihr ja dann auch blumen habe ich schon gegossen ich finde so toll meine pracht hier ja wenn der regen fällt aber ich glaube der boden hat es nötig und ich muss die balkonpflanzen nicht noch mal gießen wie dem auch sei ich gehe zumindest erst mal duschen weil ich nachher mit angie essen gehen will tisch ist bestellt alles super und vorher gehe ich duschen hatte schon gesagt was ich nicht gesagt habe ist was ich heute den ganzen nachmittag getrieben habe ja ich habe mir jetzt rain angeguckt bis auf die letzte folge die habe ich jetzt nicht mehr geschafft ist ganz nett hat so ein paar sehr vorhersehbare szenen weil es dann sehr stark das walking dead ähnelt aber ich will da jetzt gar nicht spoilern falls es jemand nicht gesehen hat aber ich glaube da mir alle von euch diese serie nahegelegt haben kennt ihr sie alle und ihr wisst dann auch was ich jetzt meine ja aber war nett zu schauen und ich denke mal heute abend oder so wenn ich dann heimkomme werde ich mir noch die letzte folge anschauen ist ja nicht ist ja nicht so lang immer gut dann mache ich mich mal frisch ich habe noch das bild für angie eingepackt und jetzt nehme ich den bambus und dann fahr ich los und ich nur noch unterwegs geld und dann lade ich sie ein und dann fahren wir essen und das lustige ist sie weiß gar nicht wo also das wird sich ja schön okay ich bin unterwegs drückt mir die daumen dass es sehr gut ankommt ich bin da und habe geklingelt gut mal sehen das wird gleich aufmachen hoffe ich höre schritte schritte hallo eine blume eine immer grüne blume ein bambus soll ich dir irgendwas nehmen wir den bambus ab für mich ist für dich danke den habe ich mir schon gewünscht das war ein schönen platz und dann habe ich selbst verfreilich und selbst persönlich eingepflanzt super du denkst ja richtig mit wo tun wir den denn hin den kannst du da draußen stehen lassen der hat unten ein loch ja ich überlege nur gerade welchen schönen platz der bekommt dann kannst du einem halbschatten stellen den können wir ja erstmal ich stelle ihn erstmal hier mit direkt zur zucchini ich werde mir dann noch ich werde das noch mal überdenken wo ein guter platz dafür ist aber schon mal sehr schön es wird das einzige grüne sein was wir dann im winter hier haben hast du auch eingekauft ich habe auch ein guter hat das schwein in der historie eigentlich ging es um das schwein aber ich glaube das schwein muss drauf das schwein muss drauf danke musst du mal jetzt auch auspacken ich muss das auch auspacken und du hast es in chinesische zeitung eingepackt das ist ein schloss ich will dazu sagen dass ich das schon hatte bevor wir nach köln gefahren sind okay angela und hill 13.05.2016 und wo sollen wir das hin machen ja da müssen wir uns noch einen ganz speziellen ort aussuchen also nicht in köln da wo tausend andere hängen nein ich habe gedacht wenn wir irgendwo hinfahren wo es besonders schön ist da finden wir dann plätze für hier dann fahren wir jetzt essen fahren wir essen ich habe jetzt auch schon ein bisschen das gut ja ich hoffe es ist da lecker du hast doch gesagt wir waren da schon mal nicht zu messen nicht zum essen nicht zu messen okay wir sind jetzt hier am buchberg hier waren wir schon mal zum drohne fliegen waren wir hier schon und zum abgelaufen erst mal ganz schön hier und ja das regnet im moment wäre ich traue mich jetzt gar nicht auszusteigen aber wir gehen jetzt ja nur kurz lecker essen und feiern unseren jahrestag den zweiten jahrestag super umtauschrecht ist jetzt abgelaufen ja jetzt müssen wir uns behalten ja es geht kein weg mehr dran vorbei aber wir gehen jetzt essen und euch lassen im auto richtig da sind wir wieder sat total satt und zufrieden war überraschend lecker ja es war wirklich sehr lecker wir waren ja noch nicht hier zum essen nur zum trinken und ja qualität ist super preise sind auch okay also das ist jetzt die waren sowieso alles sehr nett und heute ist ja muttertag auch noch jede dame hat hier so eine ganz wunderschöne rose noch geschenkt bekommen zum schluss und krabber aufs haus oder ein espresso also die waren jetzt echt super und das essen war super schnell da also wir haben nicht lange gewartet das ging wirklich schnell ich bin ja da immer so ein bisschen skeptisch wenn essen zu schnell kommt aber es war tipptopp ich hatte ein steak mit zwiebeln und gemüse und bratkartoffeln das war tipptopp also wirklich super können wir nur empfehlen wenn ihr mal was leckeres essen wollt und hier in der nähe seit buchberggrill buchberggrill echt lecker es klingt irgendwie so nach imbisbude ist es aber überhaupt nicht also es ist wirklich auch hübsch da drin also sehr gepflegt und mediterran man kann alles essen pizza nudeln und kindergerichte steak also alles dabei zu dir jetzt fangen wir noch mal zu mir noch alles klöder das immer wieder zu hause und ja ich hatte heute einen kleinen zufallsfund den ich euch eigentlich mal zeigen wollte eigentlich wollte ich schon direkt entsorgen schäme ich auch ein bisschen dafür euch das zu zeigen aber ich dachte mir ihr solltet wissen und zwar habe ich hier noch kekse gefunden die ich selbst an weihnachten gebacken habe und naja die standen die ganze zeit jetzt rum und heute dachte ich okay vielleicht ist es dann doch mal an der zeit aber die sehen doch erst rein aus und ich habe auch einen probiert also er schmeckt gar nicht schlecht er ist einfach nur hart ich habe noch tolle vanillekipferl und butterkekse und extra nussküßchen schatzi habe ich extra für dich noch mal nachgebacken dann sind die nicht gegessen worden so und wer hier noch mal über meinen salat im kühlschrank schimpft ist da irgendwas geschimmelt nein war der salat geschimmelt der war doch scheiße der salat den kann man überhaupt nicht damit vergleichen naja ich wette ich bin nicht die einzige die immer noch kekse über hat schreibt das in die kommentaren sicher dass ihr auch irgendwelche leichen im keller hat aber die kommen jetzt weg habt ihr das gerade gehört volles gewitter draußen gerade aber auch das wetter kann mich nicht aufhalten ich muss langsam nach hause morgen ist ja ein vollgepackter tag bei mir zum einen kommen die leute die meine scheibe reparieren wollen also mein steinschlag und zum anderen muss ich nachmittags dann zum arzt zum fäden ziehen da bin ich bestimmt wieder ein paar stunden beschäftigt das heißt eigentlich nicht beschäftigt aber ich sitze halt fest ja und angie muss ja morgen auch wieder zur arbeit nicht wahr sie kommt noch mal ich habe das gar nicht erwartet dass sie jetzt noch mal kommt ich komme noch mal so ganz klar stehe ich so bin kann ich noch mal zu euch außerdem habe ich euch noch gar nicht gesagt deutschland vierter platz beim eurovision das war so geil das wollte ich eigentlich noch mal sagen ich habe ganz alleine geguckt also meine tochter war so zeitweise dabei aber es war so schön ich musste ein bisschen weinen und die punkte vergabe war so schön die seit jahren nicht mehr von jedem land fast punkte gekriegt das war so schön geld schatz es war so schön du warst ja nicht dabei aber es war dabei da schlägt mein herz für so jetzt sagen wir ich bin zu hause angekommen fahrt war echt übel als so geschüttet hat war so viel wasser auf der straße ich bin echt ganz sachte und sanft gefahren damit nichts passiert ja aber ich bin gut zu hause angekommen und ich werde mich jetzt ins bett machen weil ich glaube durch das späte essen oder so ich bin auf jeden fall ziemlich müde und deshalb lege ich mich in mein bett ja habe ich mir auch verdient vlog heute war natürlich nicht viel weil meine söhne hier waren und wir zusammen fernsehen geguckt haben da gibt es nichts zu vloggen heute abend beim essen das war auch unser jahrestag da wollte ich die kamera auch nicht mitnehmen ist hoffentlich verständlich und naja morgen beginnt wieder der ernst des lebens und ja es steht einiges auf dem plan das habe ich ja schon gesagt ich möchte auch noch mal schauen wegen werkstätten wo ich meine kennengeler einschicken kann weil canon hat mir geantwortet und hat mir ein paar werkstätten zugeschickt die die kamera wohl noch reparieren von da an will ich das auf jeden fall auch in angriff nehmen weil auch wenn ich sie vor ein paar wochen noch quasi an acta legen wollte und gesagt habe ich nutze sie noch kaum aber es gibt doch situationen wo ich sie einfach vermisse wenn es nur so was ist man geht irgendwo rein und möchte halt nicht unbedingt mit so einer riesen kamera auffallen da ist es schon sehr nützlich genau dafür will ich sie wieder haben und deshalb werde ich sie einschicken weiß nicht was es kosten wird aber ich schätze mal die werden mir einen kostenvoranschlag machen das soll es für heute gewesen sein im großen und ganzen dürfte es ein laber vlog gewesen sein ich hoffe auch das hat euch gefallen wir sehen uns morgen wieder beziehungsweise ihr mich um 18 uhr lasst doch eine positive bewertung da empfehlt mich mal weiter weil ja irgendwie im moment stagniert das ein bisschen also nicht dass ich jetzt danach geiere aber ich fände es schön wenn sich diese community ein bisschen vergrößert und wieder aktiver wird alles klar morgen 18 uhr ja 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 ja